Musik Hallo Leute, hier ist mal wieder euer Peter Mupfel mit einem neuen Special Report vom GTA Online. Wie ihr seht bin ich mal wieder mit der Uschi unterwegs. Und die Uschi hat den Mask-und-Helm-Clitch nochmal ausprobiert. Er funktioniert einwandfrei. Wer also Interesse daran hat, ich lege unten in die Videobeschreibung nochmal den Direktlink hin. Wir sind aber nicht wegen dem Mask-und-Helm-Clitch da, nein, wir sind da wegen dem Western Sovereign. Die Sovereign gibt es leider nur mit der amerikanischen Flagge und man kann sie auch nicht umlackieren. Das ging mir tierisch auf die Nerven. Ich habe nichts gegen die amerikanische Flagge, aber hier ist sie tierisch langweilig auf dem Motorrad. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier eine Meldung. Schau bei Los Santos Customs vorbei, um den Auftrag für dein Fahrzeug ausführen zu lassen. Erhalten, dass ich auch meinen wirklichen Smartphone ausgeführt habe, also bestellt habe. Aber da oben ist das Icon gewesen von der iFruit. Die iFruit gibt es für das iPhone sowie auch für Android-Smartphones oder Handys. Und ihr habt gesehen, da kann man Los Santos Custom drücken auf den einen Button, dann lebt er und dann könnt ihr euer persönliches Kennzeichen festlegen. Euch auch beim Social Club anmelden, wenn ihr da noch nicht gemeldet seid von Rockstar Games. Und natürlich die Fahrzeuge tunen. Die von Trevor, Franklin, aber auch eurer eigenen. Ich habe jetzt hier für dieses, das hat roten Reifenquallen, ich habe schwarzen Reifenquallen bestellt. Und die Hube musste ich ändern und ich habe das Nummernschild von Peter Mupfel übernommen. So, die drei Sachen musste ich machen, sonst wurde das nicht, ja, hat das nicht funktioniert. Und jetzt haben wir diese App-Bestellung ausführen für 25.850 Dollar. Und ich hatte eine tierische Angst da drauf zu drücken. Hoffentlich klappt's, hoffentlich klappt's und was passiert, wenn es nicht klappt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, naja, gut. Irgendwann habe ich dann doch drauf gedrückt. Oh, ja! Hahaha! Was hat denn da davon? Hahaha! Ist doch riesig, oder? Endlich ein gescheites Motorrad mit einer schönen Farbe. Mit einer schwarz überzogene Farbe. Man sieht noch die Flagge so ein glanzklein bisschen drunter. Ist aber egal, von außen sieht's toll aus. Und wenn die Sonne drauf knallt, denkt man, das wäre so Chromstahl oder sowas in der Art. Wop! Ach, guck mal da, wie schön, dass ich in den Passivmodus gegangen bin. In öffentliche Lobbys gehe ich immer in den Passivmodus. Da müssen wir sehen jetzt auch warum und weshalb. Ne, jetzt ärgere ich mich allerdings. Mein, das Ding kostet 120.000 Dollar. Ne, und man kann's nicht umlackieren. Jetzt ärgere ich mich, dass ich das Ding nicht auch für einen Peter Mupfel bestellt habe. Naja, beim nächsten Klitsch, Verdoppelungs-Klitsch werde ich's einem Freund geben und der wird's mir zurückgeben. Und da werde ich's dann als Peter Mupfel mir auch in die Garage reinstopfen. Ne, wie soll ich schön immer sagen. Na gut, die Uchi fährt jetzt erstmal nach Hause. Ist ganz stolz. Und bei der Gelegenheit fällt mir was ein, in eigener Sache. Leute, tut mir doch ungefallen. Wenn euch ein Video gefällt, dann bitte drückt auf magisch, also auf dieses Like, auf den Daumen nach oben. Das wäre ganz nett. Das ist eine Sekunde für euch. Und für mich ist es, ja, wie ist das? Es ist eigentlich wie eine Bezahlung, ne. Wenn ihr so wollt, wenn ihr ins Kino geht, zahlt ihr ja auch einen kleinen Obolus. Und hier drückt man die Sekunde da ganz schnell da drauf auf den Daumen nach oben. Und das sieht auch einfach besser aus, weil ich hab schon genug Negativ-Daumen. Das sind die, die Leute, die ich immer geärgert habe. Die Los Santos. Oder die Luftgesprengte haben. Das sind immer dieselben. Naja, was soll's. Gut, jetzt fahr ich hier rein. Das ist ja wirklich Mist, wenn man aufnimmt in der Öffentlichen. Aber naja, gut. Na gut, wieder was gelernt. Ich weiß es. Mach den Wähler eigentlich immer und immer wieder. Na gut. Wie dem auch sei, die Uschi fährt jetzt da rein. Ich bin happy. Die Leute, die eine Suffering haben, die freuen sich und können die jetzt umlackieren. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Peter. Ciao. Study me out and fill the hole! Tell me apart. Tell me apart and watch it burn. Tell me apart, tell me apart and watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it.